lustig ist uns nachts um zehn alles postet meint aber leider das dankeschön ja wenn ihr wollt dann muss auf jeden fall ein leichter lassen wenn es euch gefallen hat und ich weiß muslimer und so mein spaß soll ich sowas mal wieder machen so ist mit tanzen und so war es lustig schreibt mir ein herz in die kommentare wenn ihr das gut fandet ich habe mich mit deinem Freund ich habe mich mit deinem Freund oh oh ich liebe dich Angelina was? und dann? Storbsorger wenn du das Problem hast, dann haben wir 1 gegen 1 Storbsorger vs. Lukas ja ich 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 stay tuned Storbsorger vs. Lukas I just I just I just I just I just okay if you have um 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 Ich bin natürlich wieder am Start. Warum? Hey. Woah! I just, 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 I love you too. I just, I just, I just, I just wanna tan with your girlfriend. I don't, I'm going live on life. Maybe, um, soon to speak your English. I just, I just, I just, I just wanna tan with your girlfriend. Oh, you can see my hair. Oh! I just, I just, I just, I just wanna tan with your girlfriend. Badabada, badabada. Uh, uh, uh! Wie geht's deiner Freundin? Ich hab keine Freundin. Why? Just tell me. Twenty-twei Minuten. Zwei in so einem Sprecher. Hallo für Nina!